Rolf Seelmann-Eggebert, begrüße ich sehr herzlich in Hamburg. Einen schönen guten Tag dorthin. Guten Tag. Seelmann-Eggebert, hat die spanische Monarchie eine große Zukunft vor sich oder wie sehen Sie das? Also sie hat zunächst erstmal eine sehr große Vergangenheit. Das gilt übrigens auch natürlich, darauf haben Sie schon hingewiesen, für den König, der jetzt vor der Abdankung steht, wenn er nicht schon abgedankt hat. Das ist ja sozusagen eine juristische Finesse, was er nun eigentlich für einen Status im Augenblick hat. Denn ich meine, er ist derjenige gewesen, der Spanien aus der Hand des Diktators sozusagen in Empfang genommen hat und wieder in den Schuss der demokratischen Staaten geführt hat. Das ist eine große Tat gewesen, die ihm nicht vergessen werden wird. Er ist ins Gespräch gekommen, aber vor allem eben auch durch seine Krankheiten. Er ist physisch nicht gesund. Das kann man beim besten Willen nicht sagen. Und dann hat es halt diese Affären gegeben. Insofern wird man sagen, dass alle Augen im Augenblick wirklich auf dem Kronprinzenpaar ruhen, das dann eines schönen Tages und nicht in ferner Zukunft die Königsrolle spielen wird. Wie wird denn diese Monarchie im 21. Jahrhundert dann aussehen, Ihrer Einschätzung nach? Also ich denke, dass der gegenwärtige Kronprinz und seine Frau aus den Fehlern des Vaters bzw. Schwiegervaters gelernt haben. Man darf nicht sozusagen sich vor allem dann zeigen, wenn eine Segelregatta auf dem Mittelmeer ansteht. Man darf nicht überwiegend durch Repräsentationen, Paraden etc. glänzen, sondern man hat auch Aufgaben wahrzunehmen, die im sozialen Bereich liegen. Das hat bislang zum Beispiel Königin Sophia, die Frau von Juan Carlos, vorbildlich auch geleistet, weshalb sie besonders beliebt auch im Lande ist. Das wird weitgehend von der Frau von Philippe jetzt übernommen werden. Aber es gibt eben andere Bereiche. Zum Beispiel hat sich früher jedenfalls der König sehr stark darum bemüht, die Beziehungen zwischen Europa und Südamerika, Lateinamerika aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Das wird der Sohn wahrscheinlich auch tun, der häufiger schon in Lateinamerika gewesen ist, an den entsprechenden Konferenzen teilgenommen hat. Das ist das eine. Und dann natürlich muss er den richtigen Eindruck im eigenen Land machen. Und dazu gehört gerade in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation nicht die große Position, die man entsprechend repräsentativ zu vertreten und verteidigen hat. Dazu gehört Anpassungen, auch in Regionen, Reisen, die eben vom Wirtschaftswunder nicht gerade besonders begutachtet worden sind, positiv. Er hat viele Aufgaben und Sie auch. Und ob die beiden sozusagen das richtig bewerkstelligen, davon wird es abhängen, was die Zukunft der Monarchie in Spanien sein wird. Was wird denn die Zukunft der Monarchie in Europa sein? Es gab ja gestern für viele überraschend recht deutliche Proteste gegen die Monarchie. Die fragten, brauchen wir Monarchen überhaupt noch? Gut, das bezog sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die Frage in Spanien. Da hat sich sozusagen eine spontane Reaktion gebildet, von der ich nicht glaube, dass sie so etwas wie eine republikanische Bewegung ist. Wenn es eine republikanische Bewegung organisiert gäbe in Spanien, dann wären die nächsten Tage jetzt von großem Interesse, wenn also sozusagen Philippe als der neue König bestätigt wird. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Und es liegt dann, wie gesagt, auf den Schultern von Philippe und seiner Frau, Spanien gegenüber dem eigenen Land vor allem auch besonders glaubwürdig zu vertreten. Ich selber glaube, dass das Beispiel, das Juan Carlos jetzt gegeben und gewählt hat, möglicherweise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Schule machen wird in Europa, bei den anderen Königshäusern. Denn es steht ja nirgendwo wirklich als ehrendes Gesetz geschrieben, dass man dem Spruch leben soll, der König ist totes, lebe der König. Also Pflichterfüllung bis zum letzten Atemzug. Das hat zwar zum Beispiel die britische Queen immer wieder sehr betont in ihrem Leben. Und ich glaube auch, dass sich da nichts ändern wird. Aber in den anderen Häusern wird man möglicherweise mit dem Verweis auf die Tradition, das war bislang immer sozusagen das Argument, nicht mehr, denke ich, ein ausreichend starkes Argument haben. Warum soll der König tot sein müssen, bevor er sozusagen das Zepter weiterreicht an die nächste Generation? Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, insbesondere wenn die junge Generation so gut auf die Amtsübernahme vorbereitet ist, wie das nicht nur in Spanien der Fall ist, sondern wie das eigentlich in allen Monarchien in Europa der Fall ist. Geben Sie uns zum Abschluss unseres Gesprächs doch nochmal einen Einblick. Wer war denn nun Juan Carlos wirklich? Ich habe immer vor Augen dieses Bild des ja fast wie ein General angezogenen Königs mit vielen Orden an der linken Brust. Andere wiederum, der ZDF-Historiker Guido Knopp sagte, er war ein rechter Schluri, er war gerne auf Safaris und heute stand in der FAZ so nett, zitiert, er ist eher so der Outdoor-Typ gewesen. Wer war Juan Carlos? Also für mich ist er natürlich doch als überzeugende Persönlichkeit vor allem in Erscheinung getreten, dem Augenblick, in dem er aus Frankos Hand das Land übernahm. Es ist ja die einzige Monarchie nach 1945 gewesen, die wiedererstanden ist und das ist mehr oder weniger singulär sein Werk. Er hat politische Kräfte gefunden im Lande, die mitgemacht haben, aber er hat zum Beispiel auch die Kommunisten sofort mitwirken lassen. Das ist die große politische Tat. Sonst muss ich sagen, habe ich den offenen Charakter von ihm immer sehr bewundert. Er konnte, wie Spanier das ja besonders gut können, auf Leute zugehen, konnte sie umarmen, sie für sich gewinnen. Er war ein wunderbarer Sportler und hat sich in diesen sportlichen Kreisen, zum Beispiel bei den Seglern, bei den Skiläufern und so, sehr zu Hause gefühlt. Also alles in allem likable Chap, würde ich sagen. Also jemanden, den man eigentlich ganz gerne mag. Das ist in den letzten Jahren etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Rolf Seemann-Eggebert, für diese Einschätzung und auch für diese Ausblicke auf die Monarchie im 21. Jahrhundert. Ihnen noch einen schönen Tag nach Hamburg. Danke Ihnen.